hallo meine lieben freunde willkommen zu einem neuen video und ich bin gerade im urlaub ich nehme dieses natürlich vor auf wie ich es auch schon im info video gesagt habe und ich habe mir gedacht für den urlaub nehmen wir uns mal ein neues spiel vor ich habe gestern mal meine steam liste ein bisschen durchgeguckt meine wunschliste und habe da tatsächlich dieses spiel hier noch gefunden was ich unbedingt früher spielen wollte ich habe das vor ich weiß nicht wie lang es ein oder zwei jahren vielleicht sogar noch länger bei peats mit gesehen gehabt und ich fand es so cool dass ich es natürlich auch selber spielen muss und deswegen werden wir während ich im urlaub bin dieses spiel hoffentlich durch spielen und dieses spiel nennt sich anti chamber und ist wirklich eins der geilsten spiele die ich jemals gesehen habe allein der sound von diesem spiel ist einfach so geil ich liebe den sound schweck ich habe immer gänsehaut und es ist einfach ja ich feiere dieses spiel einfach ist es einfach cool ich finde es richtig geil und aus diesem grund werden wir dieses spiel spielen und da werden auch schon hier unsere erste karte zum symbol every journey is a series of choices the first is to begin the journey wunderschöner satz und damit würde ich sagen fangen wir einmal an mit leap of faith click to travel jump ok wie schon gesagt ich kenne das let's play aber ich kann mich an nichts mehr beziehungsweise an sehr wenig erinnern sehr 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 wenig deswegen ist das sozusagen für mich auch ähm was komplett neues und ja würde man sagen dann machen wir das nochmal springen wir mal runter da ist auch was woher habe ich gerade schon was gehört da ist nichts klick hier failing to success does not mean failing to progress okay okay ich habe die gamma tatsächlich ist irgendwie bei mir so hoch dass hier tatsächlich auch im gang ist aber ich gehe jetzt erstmal ich weiß nicht ob man das sehen kann aber ich konnte es auf jeden fall sehen ich glaube noch nicht dass man da lang kann klick hier some paths are clearer than others äh rot oder blau ich gehe mal blau choice may be as simple as going left or right ja das stimmt gehen wir mal den roten okay the choice doesn't matter if her outcome is the same okay heißt wir gehen mal zurück welcher mehr hier ah was ist das denn when you return to where you have been things aren't always as remembered okay ja das stimmt ich kann mich nicht daran erinnern dass wir schon einmal durch ein grünes ding durchgegangen sind warte die farm verwirr mich jetzt schon so ein bisschen ok 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 so choices leave us running around a lot without really getting anywhere ok escape ah it's a baby they here go here again walk this is my walk ok Aloi Okay Taking the first step Can be harder than the rest of the challenge Bezieht sich wahrscheinlich darauf Dass wir am Anfang gesprungen sind Aber da stand ja auch Jump Also somit Erstmal den leeren Weg gehen Ah siehste Kann man tatsächlich durch A dead end will only stop you If you don't try to move through it Okay Fly Okay 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 We fall down When there is nothing There Support us To support us Sehr gut Lesen mal wieder GG Ah stimmt Diese Blöcke Ne Ja 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 Na gut Das können wir jetzt noch nicht machen Gehen wir mal hier weiter The path Of least Resistance Is a Valid Option Okay Also es gibt tatsächlich Manche Weisheiten kann ich mir noch nicht so ganz erschließen Liegt aber nicht daran Dass ich mir keine Ahnung davon hab Sondern dass ich Dass ich selber Mein Englisch Nicht so Dass Das Das ist rein Was ist das hier gerade passiert Das Ding war auch gerade offen Okay Some paths Are straight forward Ah cool Das Ding bewegt sich Okay Life has a way Of pushing us To the right direction Lie What the fuck The end Hä What the fuck Da hinten stand doch schon Am Ausgang stand doch schon Exit Okay Alles klar Das Spiel verwirrt mich jetzt schon wieder Das ist eine Uhr Live Mal gucken Ja Live Okay 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 Gucken wir mal Ich weiter Scheiße Ist aber schon wieder hier Gehen wir mal hier lang Was ist das hier Wenn turning Into the unknown Can lead to great rewards Okay Ah hier ist die Pistole Nice Loll Fuck The end May come Before we were ready To get there Ah Life isn't about getting to the end Ah wäre es wahrscheinlich auch zu schön Ah guck mal Wäre wahrscheinlich auch zu schön gewesen Und äh Play Zeigt das einem etwa an Was so alles noch kommt Es sieht so aus Ey cool Gehen wir mal weiter Ah Alter dieses Spiel ist so aus So geil Und was ich schon wieder vergessen habe Ähm 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 Damit ich das auch endgültig für die Ähm Ferien dann auch machen kann Beziehungsweise für meinen Urlaub Damit dann auch immer wieder was kommt Muss ich natürlich aufpassen Dass die Folgen nicht zu lang fern Ähm Ich werde das dann vermutlich Dann irgendwie in der Mitte kappen Ich werde jetzt durch aufnehmen Und werde das einfach in der Mitte kappen Damit auch so ein bisschen Dann so Ein Cliffhanger dann da ist Und man vielleicht dann sagt Oh Alter Das müsste man eigentlich weiter gucken Ich mache jetzt einfach so ein bisschen länger Und da Joa passt schon At times we need to view The world from someone else perspective Okay das ist damit gemeint Okay Ah Blö Hä Hä Oh Gott Ah Hä Bin ich bescheuert War hier nicht ihm gerade noch zu Ich glaube ich werde paranoid oder was Ja wir wollen da hin Ah Ah guck mal Da haben wir das Ding Nice Try hard enough And you will get To where you want to be Das ist ein sehr schöner Satz Mit Rechtsklick Ah Ah nice Nehmen wir gleich wieder mit Na erstmal wieder die falschen Tests drücken Ah Können wir dich mitnehmen Nein können wir nicht Schade Some doors Will close Unless We hold them open Ah Ah Möchte ich jetzt rausnehmen Dann gehst du zu Hier rein So dann nehmen wir dich doch mal mit Können wir dich auch mitnehmen Da hin Ne Nicht dahin Sondern dahin Zack Dann nehmen wir dich mit Dich mit Und dich mit Dann kommt da Da einer rein Da einer drunter Dich nehmen wir wieder mit Und dich nehmen wir auch wieder mit Nice It's harder to progress If you're leaving things behind Okay dann müssen wir dich offen halten Ich bin hier noch so ein bisschen Oh Mitnehmen Wenn ich dich jetzt da reinpacke Ich gucke das funktioniert Ja nice Da kann ich mich alle mitnehmen Oh Ja nice Oh dann können wir hier direkt rein Oh diese Musik alter Ich liebe die Geräusche in diesem Spiel Okay hier können wir wohl noch nicht schlank Weil so viele Steine haben wir nicht Rote Dinger Ne doch blau Nein die können wir wohl nicht nehmen Loi Okay die Dinger verschwinden Also wenn wir in diese komische Diese Komische etwas gehen Oh hier ist noch ein Schild Some outcomes are more favorable Favorable than others Okay Habe ich noch eins übersehen There are multiple 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 ways to approach A situation Okay Warum auch noch ein Stein Ah Boah Kannst mal sehen Durch da Also kommen wir jetzt natürlich Wieder nicht zurück Die Sterne sind jetzt natürlich weg Ah ist auch wieder Okay mit denen kann man sich auf jeden Fall Irgendwie so nach unten powern Ich würde gerne lesen was da unten dran stand Ich glaube das müssen wir anders machen Ich glaube das schaffen wir noch nicht A path May not be right or wrong It may just be different Okay Don't look down Oh Oh Loi Da ist Neuweg entstanden Alter Schwede Das war krass Das war krass